Hallo und herzlich willkommen bei 500 to Moon. Schön, dass du dein Raumschiff auch heute wieder auf meinem Channel gelandet hast. Heute die Wochenrückschau Nummer 14. In der heutigen Wochenrückschau dreht es sich vor allem um Harry Potter. Ihr seht es, ich nenne es die Harry Potter Woche. Ich bin nicht ganz sicher, ich würde sagen, da Ende Mai ist, eigentlich hätte ich schon mein einjähriges Firmenjubiläum mit 500 to Moon. Ich habe ja die Firma letztes Jahr ziemlich genau um den Dreh herum gegründet. Ich habe jetzt aber für dieses Video nicht nachgeschaut, wenn es ist und bringe hier auch kein einjahres Jubiläum Special raus. Vielleicht mache ich das noch irgendwann. Das kann ich aber nicht versprechen. Es läuft einfach sehr viel im Moment. Es läuft sehr viel bei 500 to Moon und es läuft sehr viel in meiner Hauptfirma bei der Gebäudereinigung Mai, Juni, Juli. Halt diese Monate, wo wirklich extrem viel los ist in der Reinigungsbranche. Und von daher, ich kann euch jetzt wirklich nicht versprechen ein Jahres Update. Was habe ich alles erreicht in einem Jahr? Wie gesagt, ich habe auch nicht der grosse Vergleich. Was war mein Lager vor einem Jahr Wert und so weiter? Ich habe sicher Progress und Fortschritt gemacht. Das ist ganz klar. Mein Lagerwert hat sich garantiert gesteigert. Vielleicht finde ich irgendwo noch einen alten Insta-Post, wo ich schauen kann, was ich so vor einem Jahr gepostet habe. Garantiert bin ich weitergekommen in diesem Jahr. Das ist ganz klar. Vielleicht nicht ganz so weit, wie ich gedacht habe. Wobei es läuft wirklich für meine Verhältnisse sehr gut. Für das, dass es ein Hobby ist, was ich nebendran mache. Und ich bin auch wirklich zufrieden, wie es läuft. Also ich bin sehr glücklich im Moment mit dem Projekt 500 to Moon. Es gibt im Moment gar nichts, was mich stresst oder was mich unglücklich macht an diesem Projekt. Es macht mich wirklich alles sehr glücklich. Auch die Community, die ich am aufbauen bin, natürlich könnte die noch grösser sein. Auch die auf YouTube. Und da geht es mir wirklich gar nicht mal so um irgendwelche Monetarisierungen oder irgendetwas, sondern wirklich um eine Community aufzubauen. Das würde mir einfach unglaublich Spass machen. Ich erwähne hier wieder einmal den Channel Brickcare. Er macht das extrem gut. Er ist auch auf YouTube und er hat eine wirklich coole, nette Community. Und es macht wirklich Spass, bei seinen Videos zuzuschauen und zu kommentieren. Und irgendwie versuche ich das da in der Schweiz. Es gibt zwei, drei Leute, die kommentieren wirklich jedes meiner Videos. Und ich danke einfach von ganzem Herzen, dass ihr immer wieder einen Kommentar macht. Ich weiss nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie glücklich mich das macht, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder Tipps gebt zu meinen Videos oder etwas schreibt, was euch aufgefallen ist. Ja, also wirklich nach einem Jahr, 500 to Moon, wirklich sehr glücklich über die ganze Entwicklung. Und ich hoffe, das geht im nächsten Jahr so weiter. Wenn ich irgendwie die Muse habe, ich könnte das auch ein bisschen später machen, gibt es vielleicht noch einen kleinen Wettbewerb. Ich muss noch schauen. Für mich Wettbewerb immer ein bisschen kompliziert, anstrengend, braucht viel Zeitaufwand auf Social Media. Ja, man muss sich darum kümmern. Und das mag ich einfach nicht bei 500 to Moon, wenn ich mich um etwas kümmern muss. Ich möchte das machen, weil ich es freiwillig machen möchte. Klar, Bestellungen verpacken muss ich auch. Aber das ist eine wirklich große Freude und das mache ich einfach sehr gerne. Aber wenn ich dann die Auslosung genau an dem Tag machen muss, an dem ich es ansage, ja, finde ich nicht sehr optimal. Mal schauen, ob ich irgendwann wieder etwas raushaue. Ich verspreche einfach nichts. Und cool ist dann auch, wenn die Zuschauer einfach ohne Erwartungen bei mir dabei sind, ohne dass sie irgendwie einen Wettbewerb erwarten oder so etwas. Starten wir in die Wochenrückschau. Schon wieder sehr lange gequatscht. Das war wieder ein bisschen News und Infos am Anfang. Jetzt gehen wir in die Wochenrückschau rein und wir starten mit dem freien Kapital. Ich hatte ein freies Kapital letzte Woche von 218 Franken 15. Dann kommen alle Einnahmen von dieser Woche. Es waren nicht wirklich sehr viel, also wir können das schnell abhandeln. Das waren zweimal Magic the Gathering für insgesamt 43 Franken. Dann hatten wir ein Spiel Starcraft für 93 Franken und dann drei Bestellungen auf Bricklink. Die werde ich schnell einzeln vorlesen. Dann war eine Bricklink-Bestellung 6,20 Franken. Eine Bricklink-Bestellung 3,05 Franken und eine Bestellung von gestern, die mache ich dann heute noch. Die werde ich noch verpacken über Paypal bezahlt. 3,15 Franken. Übrigens, das Video heute viel früher aufgenommen, schon am Mittag, Pfingstmontag. Ich denke nicht, dass die Bank mir irgendeine Überweisung macht, obwohl es eine Onlinebank ist. Ja, die Überweisungen werden erst alle morgen reinrattern vom Wochenende. Das kommt dann in den nächsten Wochenrückschau. Die Ausgaben. Ich war bei Smith Toys und habe drei Sets gekauft für das Part Out und es ist so viel, ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen, was es alles war. Es war ein Minecraft-Set, ein City-Set-Weltraum und das dritte war ein Star Wars-Set. Ja, da ist das Video schon gekommen vom Star Wars-Diorama. Diese drei Sets haben zusammen 95 Franken gekostet. Sicher nicht der grösste Schnapper und der Gewinn wird jetzt hier auch nicht riesig sein, wenn ich da auf Bricklink was verkaufe. Die Hoffnung aber immer, je mehr Teile und Lots man hat, umso mehr bestellen vielleicht die Leute auch andere Sachen mit, die ein bisschen mehr Gewinn abwerfen. Weitere Ausgaben. Einzelteile auf Bricklink. 24 Franken. Das sind alles Einzelteile, um meine angefangenen Sets zu vervollständigen, die ich von irgendwo habe, gekauft habe, geschenkt bekommen habe, von diversen Konvoluten, die ich vervollständige und nachher einzeln wieder verkaufen möchte. Weitere Ausgaben sind dann viermal Lego Polyjuice Potion Mistake von Harry Potter und die seht ihr hier. Drei von diesen vier Sets stehen hier und zwar leere Kartonschachteln. Ich habe das viermal gekauft zum halben Preis. Die waren runtergeschrieben auf 50%. Die sind ja dauernd irgendwo Aktion. Und da habe ich jetzt noch einmal vier von diesen Sets geholt. Jetzt hatte ich insgesamt fünf und drei von diesen fünf habe ich ausgepartet. Und das letzte habe ich noch behalten, falls es dann mal End of Life geht. Für diese vier Sets habe ich bezahlt 53 Franken 80. Und dann keine Ausgabe, aber eine Rückstellung von ungefähr 41 Franken. Und das war es mit den Ausgaben dieser Woche. Kommen wir zum freien Kapital und Gesamtkapital. Das freie Kapital heute 152 Franken 40. Also immer noch ein bisschen Reserve zum irgendwo etwas einkaufen. Dann haben wir auf dem Rückstellungskonto, und das gefällt mir natürlich, 357 Franken 10. Dort kommen wir immer näher an die 500 Franken Marke. Das ist sicher mal der erste Punkt, so die 500 Franken Marke, die ich erreichen möchte dort. Wieso auch nicht? Dann habe ich mal so ein kleines Polster und dann natürlich immer weiter, weiter, weiter. Das Ganze aufbauen, die Rückstellungen bis, keine Ahnung, so viel wie möglich. Wer weiss, vielleicht kommen wir da mal irgendwann auf die 20.000. Das wäre natürlich der grösste Traum. 20.000 Franken auf der Rückstellungskonto. Zack, GmbH. Oh mein Gott, wenn das kommt, wenn das Video rauskommt, dann hüpfe ich hier, dann seht ihr mich nicht mehr im Video. Wenn ich da mal irgendwann eine GmbH draus machen könnte, wow, das wäre krass. Und sicher aber ein Ziel von mir. Ich glaube, dann habe ich es dann wirklich geschafft. Ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Swisscoins immer noch 114 Franken 63. Da hat sich nicht getan. Das wird auch in dem ganzen Monat so bleiben, weil Swisscoins ja immer nur einmal im Monat ihre Rückstellungen macht so, dass die Swisscoins steigen. Aber ja, die gehören ja dazu. Und der Gesamtwert an Barvermögen ist 624 Franken 13 minus 24 Franken. Also ich hätte im Moment 624 Franken übrig. Wenn ich jetzt eine wirklich gute Investition machen möchte und die Swisscoins auflöse und die Rückstellungen auflöse, könnte ich sofort 600 Franken und plus minus investieren. Der Lagerwert 3.017 Franken 20, also plus 14. Klar, es ist ein Polyjuice Harry Potter dazu gekommen. Das habe ich jetzt dick eingetragen in meinen Lagerwert. Aber ich weiß, der Lagerbestand ist sicher nicht mehr aktuell. Den müsste ich mal wieder aktualisieren. Aber ich mache nicht irgendwann unter dem Jahr eine Bestandesaufnahme, wenn dann vielleicht vor oder nach einer Messe. Aber im Moment ist das wirklich eine Plus Minus Angabe. Was habe ich diese Woche alles gearbeitet? Viel Bricklink gemacht. Ich habe diese drei Sets ausgepartet und ins Bricklink gestellt. Seht ihr nachher unten bei mir auf dem Zettel, unten bei euch weiter hinten im Video, bei mir weiter unten auf dem Zettel. Seht ihr dann, wie sich das Bricklink verändert hat? Das schmeckt mir auch, wie das sich verändert hat. Und da wird noch viel mehr reingearbeitet jetzt. Ich möchte wirklich ein bisschen das Projekt Bricklink pushen. Ja, ich habe auch viele Videos gemacht übers Ausparten und so weiter. Auch von diesem Harry Potter Set habe ich ein Video gemacht, wie auch vom Star Wars Diorama. Ich merke aber, ich kann wirklich nicht mehr von allem, was ich ein Video machen wollte, ein Video aufnehmen. Irgendwo da hinten. Ja, ihr seht ihn nicht. Genau hinter diesen Harry Potter gibt es noch einen Bagger, den ich aufnehmen wollte. Da unten ein Flugzeug, da ich noch ein Video machen wollte. Da hinten ein City Hubschrauber. Ich komme wirklich bald nicht mehr dazu, für alles ein Video zu machen und werde vermutlich ein paar Sachen verkaufen ohne Video. Ich möchte auch wirklich jetzt die Auspart und Neuvideosachen ein bisschen mehr pushen, wie die alten. Das macht mir jetzt momentan auch am meisten Spass. Was mache ich alles in dieser Woche? Sicher wieder weiter Bricklink. Ich werde noch mehr Sets vermutlich ausparten. Da gibt es einen ganzen Lagerkasten, den ich beschriften möchte mit I und dort sind noch Teile drin, die nicht auf dem Bricklink sind. Ich möchte versuchen, den ganzen Lagerkasten auf Bricklink hochzuladen bei den gebrauchten Teilen und den Kasten beschriften. Ich möchte ihn aber nicht vorher beschriften, sonst weiss ich nicht mehr, welche Teile sind schon im Bricklink und welche nicht. Von daher zuerst diese Teile hochladen. Dann kommen wir zur Rubrik Bricklink. Wie viele Steine sind momentan in meinem Bricklink Shop? Es sind 7613 plus 813 Steine. Finde ich super. Ich komme näher an die 10.000. Das ist ja wieder immer diese magische Zahlen. 10.000 Franken, 20.000 Franken, 10.000 Steine. Die magische Grenze. Dann habe ich 1436 Lots. Sind 200 Lots mehr. Hauptsächlich durch diese Harry Potter und durch das Star Wars Diorama. Wirklich cool. Viele, viele neue Teile. Also der Neuteile Sektor füllt sich. Irgendwann, wenn der vielleicht voll ist, fange ich dann hinten an bei den alten Teilen eventuell irgendwie rauszunehmen und weiter mit Neuteilen zu füllen. Macht natürlich viel Spass mit Ausparten von den neuen Teilen. Und der Wert von meinem Bricklink Shop momentan 1.454 Franken. Wobei, Achtung hier, der Disclaimer. Es gibt Sets, die im Bricklink drin sind und die in meinem Lager drin sind von 3.017. Also da überschneidet es sich. Ich habe die Sets zum Beispiel, das Mondlandefähre habe ich dreimal im Lagerwert drin und dreimal im Bricklink Wert drin zum Beispiel. Das muss man mit ein bisschen Vorsicht geniessen. Also die Firma ist sicher nicht die 3.000 Lager plus die 1.500 Bricklink plus die 600 Bar Vermögen. Also da musste man, wenn ich das genau ausrechnen möchte, müsste ich natürlich die Sets, die im Bricklink drin sind und die im Lagerwert drin sind, abziehen. Also ich komme glaube ich noch nicht ganz auf einen Firmenwert von 5.000, aber nahezu 5.000 müsste der Firmenwert doch schon bald sein. Besonders mit dem Mobiliar dazu. Verkäufe auf Riccardo. Ich hatte 1.066 Verkäufe. Das sind wieder 7 mehr. Positives Feedback. Übrigens einfach mal zum sagen. 555. Ein neutrales glaube ich und glaube 0 negative. Offene, also es sind 7 Verkäufe mehr habe ich glaube ich gesagt und offene Angebote. 128, das sind 4 weniger. Ja, das ist klar. Jetzt sind nicht mehr so viele Magic Karten drauf und auch nicht mehr so viele neue Angebote reingekommen, aber immerhin immer noch über 100 Angebote. Ihr seht übrigens hier eine Schale und das ist noch vom Ausparten. Das sind noch so Harry Potter Figuren. Da geht ein Teil ins Bricklink rein noch, vermutlich heute und ein Teil auf meinen Riccardo Shop, dass da auch wieder Figuren drin sind. Die lassen sich doch recht gut verkaufen. Übrigens ein kleiner Erfolg möchte ich ganz am Schluss noch teilen. Ich hatte ja ein Polybag Doctor Strange und dort habe ich die Figur genauso teuer ausgeschrieben, wie das ganze Polybag ist und eine von beiden Figuren ist weg. Ich habe die verkauft für den Polybag Preis. Das heisst, alle Teile, die jetzt noch verkauft werden, gehen voll in die Gewinnzone rein und das motiviert mich zum weiteren Sets ausparten und das werde ich auch weiterhin jetzt diese Woche verfolgen. Und es macht wirklich richtig Spass den Bricklink Shop zu pushen. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute kurze Arbeitswoche. Sie startet ja am Dienstag. Eine schöne Woche mit schönem Wetter. Der Sommer kommt langsam. Einen guten Flug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.